Servus Leute, hier ist wieder Gumpo und herzlich willkommen zu diesem ganz, ganz kurzen Video. Also, zunächst einmal, was ist denn da eigentlich die letzte Zeit passiert? Also irgendwie läuft mir gerade alles so ein bisschen aus dem Ruder, muss man dazu sagen. Es ist einfach ein bisschen viel mit der Uni und dem Zeug und dass es irgendwie nicht läuft, wie ich gerne es hätte. Das ist schlecht, möchte ich an dieser Stelle mal anmerken. Für alle, warum ich überhaupt dieses Video mache. Sonntag ist Shugun 2 ausgefallen, unentschuldigt, ohne gar nichts. Ich muss euch auch dazu sagen, Punkt 2, das Projekt muss abgebrochen werden. Peter und ich finden einfach keine Schnittstellen, einen Zeitplan, selbst am Wochenende sind wir irgendwie... Dann wollen wir uns natürlich auch nicht so sehr verbiegen, weil es halt doch nur ein Hobby ist und naja, eins in eins. Zusammengezählt und fertig. Ja, ist schade. Ich hätte sehr gerne weitergemacht. Wir beide hatten mega Spaß, aber wir müssen sowas auf Semesterferien verschieben. Mit der Uni parallel und den so grundlegend verschiedenen Stundenplänen. Klappt das einfach nicht. So, dann ist noch was schiefgelaufen. Empire. Ja, Empire ist einfach mal auch eine Folge nicht gekommen. Ja, warum zum Geier? Das ist ganz einfach. Ich wusste selbst nicht genau, was da abgeht. Kennt ihr diese Sockenfächer in Waschmaschinen, wo auf einmal Socken verschwinden? Ein Socken kommt raus, zwei hast du aber vorher reingeschmissen. So ungefähr war es jetzt auch hier mit der Folge. Gut, man muss dazu sagen, es war wahrscheinlich mein Verschulden, weil ich die Datei einfach mal genauso genannt habe wie die andere. Vielleicht hat es dann aus Versehen, ohne was zu merken, es überspeichert. Tatsache ist auf jeden Fall, dass ich, nun ja, da fehlt irgendwie 30 Minuten und ich weiß nicht, wo die sind. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Dementsprechend ich versuche das Ganze hier noch irgendwie am selben Tag rauszubringen. Ich kann aber nichts versprechen, das ist irgendwie so, falls ihr euch schon gewundert habt, hier ist die Erklärung. Irgendwie fehlt mir das, ich kann es nicht wieder herstellen. Es ist irgendwie, es ist zum Verzweifeln, weil dann natürlich auch noch am Wochenende ich nicht so viel Zeit habe, wie ich es gerne hätte. Dann muss ich sehr viel fürs Studium machen und hier und da und... Ich könnte mich jetzt über alles mögliche aufregen, ich lasse es aber bleiben. Deswegen belasse ich es bei diesem kurzen Video. Ihr seid informiert, mir fällt gerade alles auf den Kopf und von dem her sage ich, ciao. I do my very best. Trust me.